und streame das ganze und ja mal schauen was sich so ergibt so wir sind hier in der holland street am 3.2 1953 und ich vertone das video jetzt nach also mal gucken taxi rufen den kiosk den überfallen wir jetzt machen dazu den beobachten genauigkeit 100 prozent na das ist doch mal gut so für euch war das jetzt gerade mal ein paar sekunden und ich habe ein bisschen was rausgeschnitten warte zeiten okay die justin white will 47 prozent von der beute okay ich melde mich sobald ich näheres weiß okay und ab ins ugly dog hotel entschuldigen sie ein eilbrief werbung für die entwickler von der clou in so einem ist das lief sowieso keiner so und da sind wir im hotelzimmer am 4.2 1953 und mal schauen was es hier so gibt planen genau da klick ich mal drauf und da planen wir den kiosk überfallen komplizen aufnehmen justin white ja die haben wir ja angesprochen im fährt man's pub wunderbar die haben jetzt als komplizen okay liebe freunde eben gerade wieder einen schnitt gemacht und zwar habe ich einmal den kiosk überfall geplant und bin gescheitert an der türe ich kam nicht rein und jetzt muss ich mal kurz ein geschäft suchen wo ich ein brecheisen bekomme um die tür zu öffnen also hier bin ich schon mal falsch die musik ist so lieblich also ich mag die total blues ist so ein bisschen so in dieser straße ist schon mal nichts kein geschäft wo es brecheisen gibt dann gehen wir mal weiter taxi rufen oder und damals werkzeughändler sehr sehr nice und da ist auch voll sechs pfund an brecheisen für uns dabei die musik wird lieblicher ok das müssen wir jetzt gekauft haben und ab geht's ins hotel zum neuen plan und da wären wir schon im ugly dog hotel der faktor hin natürlich ins hotelzimmer müssen wir doch unseren coop ausplanen und jetzt auf plan ausarbeiten wohin soll ich stehen an die tür jetzt habe ich gelernt man kriegt die tür nur auf wenn man ein brecheisen hat und das haben wir eben gerade gekauft im werkzeugladen und gehen jetzt rein und versuchen erstmal die kasse so zu öffnen und kasse öffnen ist verschlossen wir wollen unsere erste beute sehr sehr schön so und weiter an den schrank mit öffnen wertschrank klappt natürlich nicht verschlossen also wieder benutze also wieder benutze wertschrank mit brecheisen wie die alten adventures früher gehe, nehme zu, drücke, schließe so ungefähr ist das hier auch und jetzt ist der wertschrank leer und unsere beute und unsere taschen sind voll gucken wir mal ob es da noch was gibt ne nichts besonderes ok dann auf ab ab durch die mitte ok dann schauen wir uns jetzt den plan nochmal an im schnelldurchlauf zack kasse wertschrank nochmal gucken und zack ab müsste funktionieren sehr gut plan ausgefertigt ja kiosk plan 1 einfach starten und wir konnten unerkannt entkommen und wir konnten unerkannt entkommen und es wurde ein Einbruch gemeldet, Sir ich fühlte mich wie Napoleon nach seinem Sieg als ob ich in der ersten Reihe eines Beatles Konzertes gestanden hätte oder als ob ich Marilyn Monroe geküsst hätte also phänomenal ok ich habe verstanden also viel Spaß bei eurem Kuh tschüss so das war's für heute vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald 0 0 6 Untertitelung des ZDF, 2020